Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Im letzten Part waren wir in der Mission stehen, wo wir Bomben gebaut haben und wir sollen jetzt zum Bazar gehen, zu Piri Reis oder wieder Tupis und noch mehr Bombenrezepte finden, die ich gar nicht haben will, weil Bomben scheiße sind. Aber naja, äh, ja, das ist eine relativ spontane Aufnahme, weil der Part muss morgen kommen und ich hatte am Wochenende relativ wenig Zeit, weil ich komplett besoffen war und ja, nein Späßlein. Aber doch, ja, die, fertig. Und dann war ich verkatert und dann, ja, dann war schon irgendwie, äh, weiß ich auch nicht genau. Irgendwie war das nicht mein Wochenende. Ja, Freitag hab ich einfach gar nichts gemacht und irgendwie war Freitag gar keine Motivation zu, guck mal ein Messer. Hä, du solltest ihm das Messer ein paar Mal in den, in den Bauchraum und, umtreten. Egal. So, ach der ist da unten schon, oh. Oh, stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es Tessens Creed geht. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Ich glaub, ich hab vorher vor anderthalb Wochen aufgenommen, jetzt hab ich einfach gar nichts mehr. Jetzt hattest du so, ach, das nehm ich ja Waffenländer auch nicht, oder Waffenländer? Ne. Ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis. Hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie. Er sagte, ihr könntet mir den Standort von Nicolopoulos Handelsposten zeigen. Ah. Ihr müsst dieser Floransali sein, über den er ständig jammert. Lotario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja. Die alte Polofaktorei. Westlich der Aja Sofia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt zum Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ist er auch ein Assassiner? Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun. Niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Nein. Scheiß auf die Bomben. Oh, da ist ein Typen, den wir retten können. Weg hier. Ich bin beschäftigt mit wichtigen Sachen, wie zum Beispiel... ...leuten Messer in den Rückenraum und so einen Schein. Die Bürger helfen. Hoffentlich wird er nicht schon wieder irgendwo runtergestoßen, dass er stirbt so wie im letzten Paar. Endlich macht er das mal, was ich will. Bam. Und nochmal bam. Ich habe das Spiel so ein bisschen leiser gedreht, weil es hat sich meine Tatsache aber sehr laut angehört. Aber... Cool. ...für eine ehrenvolle Sache, Arkadashin. Nicht nur um zu überleben. Wenn ich anderen helfen kann, so wie ihr mir helft, dann könnt ihr auf mich zählen. Danke. Stimmt, ich wollte das mit einem Schmied. Und wenn ich mir eine Schmied jetzt kaufe, dann habe ich kein Geld mehr für die Sachen, die ich bei einem Schmied kaufen will. Und ich kann mir Schmied, glaube ich, gar nicht leisten. Aber egal. Suchen wir lieber nach... Wie bist du denn? What the fuck war da schon wieder, Ezio? Was ist das? Was für Memorien? Hä? Bin ich gerade ein bisschen behindert? Egal. Also, ich habe mir in der Zwischenzeit auch einen Hummel-Bundle gekauft. Und da war Assassin's Creed Rogue drin. Und das heißt, davon wird auch irgendwann ins Play folgen. Das wird dann wahrscheinlich... Nach... Assassin's Creed... Warum die Kapuze? Nach welchem kommt denn das eigentlich? Nach Assassin's Creed 4 kommen. Ja. Also Black Flag, dem... Dem Piratenspiel. Dann kommt Rogue und dann kommt... Unity. Aber ich weiß nicht, ob ich Unity mal flüssig aufnehmen kann. Also, ich kann es mit Zickert... Äh... So viel FF ist quasi so ein Spiel. Und 30 bis 40 auf Maximalgrafik. Oh, oh. Abderrachim. Hilf mir. Aua. Verfickte Scheiß. Die machen ja richtig Schaden. Das war wirklich richtig gut gemacht von mir. Bis auf die zwei Mal, wo ich angeschossen wurde. Oh, du hast einen Aussichtspunkt nehmen wir mit. Und ich liebe es, Aussichtspunktes zu synchronisieren. Ich weiß nicht, wie ich mich hinsetzen soll mit dem Mikrofon. Und ich habe ja noch nicht so oft damit aufgenommen. Ich saß eigentlich die meisten halt nur daneben und habe da reingesprochen. Aber wenn ich mich jetzt hier nach vorne lehne, dann hört sich wahrscheinlich komplett scheiß an. Aber ich weiß nicht. Vielleicht hört sich auch gut an. Aber es guckt dir sowieso kaum jemand zu. Also von daher... Würde mir wohl kaum jemand sagen, wie ich das einstellen soll. Was ich sehr schade finde. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Wenigens habe ich auch Twitch ein paar Zuschauer. Wenn nicht, dann streamen wir mal. Das ist auch ganz schön. Kannst du da nicht hoch? Schade. So, dann klettern wir weiter hoch. Synchronisieren den Funk, wenn es hier irgendwie hochkommt. Wo hier über diese Scheiß-Teile sind, kann ich das eigentlich hier schon aktiv werden? Ja, cool. Aber wissen wir, dass da was ist. Ich habe gerade so eine coole Funktion auf Handy gefunden. Die heißt Smart Lock oder so. Und das Handy sperrt sich nur an den Orten, die nicht... Also sperrt sich nicht komplett an den Orten, die ich markieren kann auf der Karte. Also auf Google Maps, dann kann ich zum Beispiel mein Haus hier markieren und dann sperrt es sich da nicht. Das ist voll cool. Gott ey. Ich bin gerade gegen Geist gelaufen. Der hier... What the... Okay. Ignorieren wir einfach mal gekauft. Und da sind Bücherlern, wenn wir uns sowas kaufen. Irgendwann kein Geld für Bücher, Freddy. Machen wir erstmal die Hauptmission. Ich habe mir meinen Tisch gar nicht. Das ist schon mal ein Ding. Buongiorno. Merhaba. Bitte tretet ein. Hau sie die jetzt weg? Kennen wir die nicht vom Anfang? Verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rodos, nicht? Si. Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sofia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Oh ja, die finden wir hinten. Ähm, Altland ist Postia. Bist du wahrscheinlich, wenn wir uns Adler anschmeißen? Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galater. Atretanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Das ist ein kurzes Gespräch. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Vielleicht so. Nio dio. Wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus? Du gehst doch mal rein. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Ach, que presentoso. A presto, Sofia. Ich komme bald zurück. Er ist so schön, wie so 100 und sie sieht aus wie 20 oder 30. Wir sind da schon wieder. Oh Gott, bitte stürze ich ab, Spiel. Bei dem Spiel hab ich mir richtig Angst, dass es bei irgendwas abstürzt. Aber stürzt hier meistens nur bei diesen komischen First Person Passagen ab. Bitte nicht irgendwie in 3 Minuten schaffen. Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Ja, stimmt. Zurück auf eure Posten, ahiert es. Okay. Nicht entdeckt, oh Gott. Noch schlimmer. Die Zisterne erkunden. Können hier eigentlich auch wieder diese Teile sein? Oh, ich hab Schätze gefunden. Lass mich grad drängen, ist hier Bomben-Scheiß. Oh, noch mehr Bomben-Scheiß. Zisterna Basilica. Weißen die irgendwie alle Basilika oder so'n Scheiß? Wir meinen Brother schon genauso. Ich frag mich grad, ob ich überhaupt, ob das hier der richtige Weg war. Ja, das sieht gut aus. Ayuda me. Muss ich hier lang? Wahrscheinlich. Oh Gott, ich muss hier wahrscheinlich wieder so'n behinderte Ablenkungsbomben bauen, oder? Oh, Hagel. Eine Fresse, ey. Okay, dann, äh, wie geht denn das? Arabisches Pulver und noch mehr Phosphor. Zum Glück ist das auch überall versteckt und irgendwelchen Drecksbau. Taktischer Ablenkungsbeutel. Äh. Ist mir da egal. Aufschlag ist gut. Äh, ja, arabisches Pulver. Äh, akustische. Külersignale. Das war Pew. Das ist wahrscheinlich ne Rauchbombe oder so. Jetzt mach ich einfach das. Ja, beim Herstellen, easy. Gebt acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. Gebt acht. Ich kann jetzt hier rutsch einfach einen Umring, oder? Okay, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen, was ich genau hier machen will. Ritisches Pulver. Aufschlag, würde ich sagen. Niemand wollte einfach so bemerken, wenn niemand mehr zum Bemerkung übrig ist. Komm schon, ich brauche ein Wurfmesser oder am besten fünf. Ein Wurfmesser. Das ist schon mal besser als kein Wurfmesser. Gift voll. Oh, drei Profisse. Dankeschön. Dankeschön an die Person, die hier gestorben ist, dafür, dass ich die Wurfmesser zurückbekommen hab. Ich hab noch drei Wurfmesser sich reingeworfen oder vier. Okay. Wo ist das Wurfmesser? Da ist das Wurfmesser. Da ist das Wurfmesser. Da ist man den Zweikreisen, das ist aber eigentlich ganz cool gelöst. Nur, dass die Bomben halt komplett beschissen sind. Oh Gott. Kann ich irgendwie oben lang gehen? Irgendwie? Irgendwie bestimmt, oder? Hier hochlaufen wahrscheinlich. Doch, kann nicht sogar. Oh. Oh. Stimmt, ich hab mir die Hakenklinge. Äh. Vielleicht jetzt hier. Vielleicht hier so dann lang. Und dann so. Warte, 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 warte. Was? Nein. Äh. Okay, dann muss ich die Mission irgendwann nochmal machen. Das hier ist doof gelaufen. Ich dachte, wenn ich da so lang... Okay, eigentlich wollte ich ja gar nicht runterfallen. Aber ich dachte, wenn ich da runterfalle und mich so ein bisschen verstecke, dann ist es im Endeffekt egal. Äh. 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 Ja. Einfach oder so. Ja. Obwohl da unten ist noch not. Und ich wette, dass es nur so ein scheiß Bombenzeug. Wenn das wirklich so ein Bombenzeug ist, dann wäre ich eh sauer. Das ist ne Bombenzeug. Das ist ne Bombenzeug. Ich weiß. Was ist da hinten eigentlich? Ist hier irgendwas? Oder ist das einfach nur so... Ist einfach nur so da. Um mich zu verwirren. Schade. Mir schwirren wir da irgendwie so ein... So ein... Keine Ahnung. Um was halt. Ich könnte sowieso auffällig sein. Ich habe sowieso schon verkackt. Petros, sorg dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Hm. Hm. Hallo. Oh, ich habe schon richtig viel Geld. Boah, ich weiß ja. Der hat doch was zu verbergen. Boah, komm ich hier am besten hoch. Boah, komm ich hier am besten hoch. Nur schnell, gib mir ja hier, äh... Blut für meinen behinderten Bomben. Oho, endlich Auftraghülsen. Die sind voll. Vor allem, sie sind voll. Der Übertreiber, what? Befall den Inneren. Oho, komm schon, du wirst das da rein. Komm schon und braun. Willst du hier nicht angreifen? Oh Gott! ist es ist immer eine stangenwaffe oder nein ja hallo es ist aber genau so schön wie ein brotherhood ich liebe ist jetzt ein spiel für dieses element dass man einfach leuten speere in den kopf werfen kann okay aber die treppen bei dem normaler mensch kann ich tschüss wundervolles spiel wirst du dich nicht so gab es noch einen zweiten weg hoch oder was irgendwie wieso klettert endlich einfach zu schlecht in diesem parcours ging es hier noch weiter hoch bestimmt oder ja noch mal aufschlagkürzen oder was vor dankeschön hallo ich habe mit leuten abwerfen nicht aber ich kann sagen das tut bestimmt weh so eine verfickte spitzhacke in die fresse zu bekommen glaub mal das ist echt nicht so schön so sie hat noch mal festgehalten mit der hakt liegen weil ich nicht wusste ob ich den sprung schaffe das soll ich jetzt mal machen du hast die denkst für mich oder die schlüssel oder habe ich die schlüssel bekommen nur weil ich ihn geschlüssel habe ich glaube ich hätte ihn gar nicht looten müssen ich vollidiot dann hoffe dir hat euch gefallen ja leute bis zum nächsten mal haut der rennen tschau tschau tschau